ARD Text im Auftrag von Funk Das sehen wir jetzt Ja Wer ist denn, Lopila? Wir haben die Sternenbohne Gut gemacht Ein Sternenbohne-Imitat? Was für ein billiger Täuschungsversuch Ey Mario Hä? Was machst du denn hier? Siehe ein, das ihr verloren habt Was? Ich soll Prinzessin Peach zurückgeben Ich will die Prinzessin doch niemanden geben Der falsche Sternenbohne verteilt Ihr seid doch selbst schuld Gebt's einfach auf Was machst du so? Was soll das? Prinzessin Peach doppelt? Die entführte Prinzessin war in Wirklichkeit Ein Imitat Ich dachte schon, dass so etwas passiert Und habe eine Puppe anfertigen lassen Und du bist voll drauf eingefallen Aus irgendeinem Grund habe ich an Italienen schnappt Zent Oh, hehehe Kicher Tja Mario, lass uns verschwinden Wartet Ah, aber Egal was passiert Prinzessin Peach bleibt bei mir Ich wusste, du würdest mich retten Ja, ich weiß Schmerz So Ha Alter Super Hehehe Endlich Die Sternenbohne und Peach Vereint in meiner Hand Die Peach fällt schon mal Eine ziemliche Überraschung Pah Diese Pappnasen Aber ja Habt es auch Faustig hinter den Ohren, Prinzessin Hehehe Nur eine Frage Wieso haltet ihr, stelle ich die Hand vor den Mund? Versteckt ihr etwas? Ne Ah Eine Kakerlake Hehehe Wo war es? Warte mal Ich hab doch gar keine Angst vor Kakerlaken Krankfried Hast du das gesehen? Jawohl Ganz genau Krankfried Jawohl Verdammt Das ist mir jetzt aber peinlich Diese Betrüger Oh Gott Hilfe, Hilfe Schnell drück Ah Hehehe Okay, du bist allein Hahaha Ich muss dein Kleid tragen Ja Das war doch irgendwie klar, ne? Ja Das ist irgendwie passiert Aber komm Es war lustig Äh, ja genau Das solltest du tun Du solltest dir alles Alles anmachen Ich wollte Final Fantasy 7 Wurde bekommen Ja Ja, weil Ob du jetzt überhaupt noch nicht klaut Der Hauptkamer von Final Fantasy 7 Musst du auch mal ein Kleid tragen Echt? Das ist ein Block erschienen Ja gut, ey Ja gut, ey Boom Nochmal Ja, die wollen ja nicht überleben, oder? Ne, das ist ja doch Boah Na gut, alles was ich jetzt machen muss, ist einfach nur überleben, ne? Hier gibt's keine Gegner, also brauchst du keine Sorgen machen Alles klar Aber hier gibt's Generatoren, die du anderen machen solltest Boah, ich kann das Ups, das soll ich zum Explodieren bringen Hä, wie haben die das überhaupt gefunden? Ich dachte, der ist kaputt gegangen Das ist halt diese Frage, die ich mich stelle Boah Boah, Steuerkreuz Boah, Steuerkreuz Boah Das ist ein Block Da oben Da gibt mir all das Not Blut 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 Ja, wir brauchen ja noch einen Saft Kann man ja locker herstellen jetzt Ja Topp Ultrapilso Superpilso 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 Ja, ich hab ja mal, du kommst hier und renst mich hier ran Sonst werde ich hier ja Probleme auch kriegen Sonst werde ich hier ja Probleme auch kriegen Ich bin mir sicher, dass es dir ganz gut geht, weil es kann dir nichts passieren Ja Ich mein ja nur, Bause Miller und Krankbrin sind hinter dir her, aber sonst ist alles in Ordnung Ja, sieht doch nur hier die Erzbeine hier in diesem Spiel, also Ja, hör mal da, da ist die Sternenbohne Ja Die schnapp ich dir Du erhältst die Sternenbohne zurück Und jetzt einfach vom Schiff runter springen Ja, jetzt raus hier Ja Ja Der Kerl hat die Sternenbohne schon wieder Schnell hinterher Nein Wir nehmen den Kuss auf das Pilzkönigreich Das Pilzkönigreich Das Pilzkönigreich Hallöchen Na Wunderbar, Luigi Wie geht's der Sternenbohne? Ah, nee Super Luigi's Lande Bahn Oh Oh Was war das? Wo land ich denn jetzt? Ob es Luigi wohl schafft hier zu landen? Ja, ich hoffe nur die Flucht wird ihm gelingen Hm? Da, ich sehe ihn Ah, das würde er wohl sein Aja 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 Steilisch O, Prinz Marmek Ah Glitzer Landung erfolgreich Und die Sternenbohne hab ich auch Ich hab sie ganz alleine geholt Wunderbar Was ist mit Luigi? Da drüben Es scheint es er ist da drüben Not gelandet ha 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 also wirklich ein tipp aber was war ein amüsant schätzt den rest aber dass ich dir jetzt heim und der sternbohne einen sicheren ort bringen mario die sortes gift für den körper der prinzessin wir gehen schon mal vor zum palast als gut auf luigi auch alles klar dass es geht prinzessin sie gewinnt dann bekannt ist halt diese musik als wir mal weg zum ersten mal getroffen haben so okay sie wieder im gröltal ich muss dich jetzt finden sand untergetaucht okay wir sind hier gröltal landeplatz gebiet mein braver wo bist du bist du schon tot ich bin links auf der ersten stelle ja links du 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 ja irgendwo da bin ich untergetaucht ja warum hat die erde gebeten hier das war dieser grüne typ was bedeutet dass ein roter kollege nicht fern ist so weit so gut vermute den kerl hier ja fessel den kerl hier sagt ja der oder die heißt so ist es noch mehr verheiratet wie schnapp ich mir ein staub trocken aber wir sind ziemlich schwer auf der brust aber machen aber ordentlich schatten alter oh mein gott der kann auf mich zu hat wie wie kein kuppe angreifen ja auch im kampf ja es gibt keinen weg nach oben welche filme gefangen so ein dreck da kann ich doch voll gruselig kommen in meinem mund so gröntal höhle luigi warte mein bruder ich befreue dich mein bruder luigi was wir wieder sehen mein taschendorf ist schon ganz nass vertreten roter mann ich habe mich schon erwartet schatz was ist das für ein krach was zum schatz das ist kein ort für uns lass uns irgendwo hingehen wo wir ungestürzt tritteln können was heißt ihr schatz so etwas haben wir jetzt keine zeit das ist bürde bei meinem einstellungsfest hat sie nur bis noten erreicht schatz nämlich nicht würde sondern für die namen tun wir nicht zur sache und jetzt macht euch bereit weit für die kraft des neuen teams die kraft der liebe oder moment ist jeder art von kraftrecht liebe oder sonst was auf jeden fall seid ihr jetzt dran und er kommt jetzt auf jeden fall erstmal in die suppe das werden wir sehen das wird jetzt auch unser letzter kampf gegen ihn sein ich vermisse ihn schon ich vermisse ihn schon ein wenig doch so erscheint wohl wirklich was dazu gelernt haben eigentlich nicht ich habe nichts abgezogen drückst ich bin ich drücke siehst du endlich mal auch gott hoch aber auch das gefährlich man ich weiß die weg ich habe das dann eine kraft wir haben einen 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 anderen Angriffen. Aua. Hm. Mach mal die map. Du hast das immer noch auf Zeitlupe. Was? Komm zu mir, Darling. Es ist aus. Nein, 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 nein. Aua. Was zum... Kommt er jetzt mächtiger als je zuvor aus? Vorsicht. Naja, geh nicht kaputt, hallo. Ja. Man, das ist zweimal gesprungen. Was ist gesehen? Da ist er. Was zum Teufel war das gerade? Wo war ich? Warum war auf einmal alles zu dunkel? Du hast Hopps wieder immer noch auf Zeitlupe. Ja, das ist alles noch frei. Oh Gott. Geht weg. Fass mich nicht an. Nein. Nein. Hey, meine Mama. Aua. Na warte. Den schnappen wir uns. Der hat mein Hammer geklaut, Mario. Da ist weg. Ihr habt meinen Schatz. Na wartet. Oh oh. Ich glaube, es ist sauer. Nein. Ich glaube, es ist sauer. Nein. Ich glaube, es ist sauer. Keine Ahnung. Aua. Der hat mein Hammer gestorben, ey. Äh. Äh. Mann. 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 Was denn da? Oh nein. Ich kann mich nicht verteidigen. Ah. Wo bin ich? Aua. Aua. Das war furchtbar. Das war furchtbar. Ich glaube, meiner wunderschönen Blumen wäre. Ja. Hier, da, ich gebe den Pilz, kommst du zu ins Leben. Ah, du hast deinen Hammer wieder. Alter. Boah. Sb drücken müssen. Ja. Ich glaube, wir sollten erst mal ihre Verteidigung setzen. ist schon wieder weg wie dies ist dieses volks sich mal geklaut gesiegt haben jeder einzelne 1000 faden also jetzt 103 vorsicht ist nicht gesenkt ja toll sie ist da und rüster 05 einmal grüner pfeffer ja 1400 jetzt verteidigen bis 503 verteidigung oh man wir haben ja nicht zu nix gebrauchen du bist gefeiert ist es aus oh mein ich bin entsetzt das ist bestimmt eine prüfung des schicksals nicht diese prüfung beschädigt mehr schaffe ist auch ein star zu werden männer männer na ja na ja wir haben ein ziel nachdem das aus der welt geschaffen ist claude kommt übrigens jetzt auch nicht mehr zurück ich weiß mit dem hatten wir viel spaß ja dann möchte ich an unsere erste begegnung mit ihm wirklich nicht unbedingt hier ach so ich weiß wo wir sind ich glaube wir sind wieder am anfang nach schloss bonia müssen wir hin ja auf lauf 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 und nein nein er hat uns erwischt dann kommt die stadt nur zu haben zu nein ich habe dich gesehen ich komme nicht wieder nach oben was zum jahr passiert oh mein gott der zweite mal hat die alles kaputt ist der zorn ist im himmelsgott ist der himmelsgott zöhnt uns das ist das hände fliehen so lange ihr noch könnt alter was war das der jetzt da hat sich jetzt gerade angehört sondern sowas explodiert ist online nein nein die brücke ist zerstört wir haben hier in real life irgendwo hat in die luft gejagt ja wir haben auch mit der luftschrift da umgepäunt ach gut auch gott sei dank gekommen rein hier vor die entspannte musik und draußen alles kaputt kommen wir machen es auf den letzten saft der lachboden saft ja wirklich kaffee das ist das kakao nachbohren saft es scheint als wäre der letzte neue saft bereits zu probieren zum schlauen meinte ja also der letzte test genau lass mich einen schluck probieren zu diesem geschmack fällt mir nichts ein vielleicht liegt es daran dass es der letzte ist sie überteilt den check nimm das zu bedanken ist es einer meiner kleinen erfüllungen blablabla hier nützlich da du erhältst den gameboy horror sp nun das war der letzte saft den ich hier probiert habe wahrscheinlich ich auch sobald nicht mehr wiederkommen als besitzer werde ich also im laden diese zurücklassen wenn ihr traurig seid und euch einsam fühlt seht dieses bild an und denkt an mich der laden wirkt jetzt auch viel freundlicher oder die ganze atmosphäre der laden ist ruiniert komm zurück hast du ja auch gesagt oh mein gott wir haben wir haben genau wir haben genau gleiche hp und gleiche bb aber ich habe noch ich bin ein level unten ja stimmt du bist ein level unter mir kleidung dafür würde ich hole stets selten items von monster nämlich und hat könnte das nämlich habe ich habe ich drauf das macht in der lacht und sagt baby plus 4 ich will das weil ich muss viel mehr bp als du hier ist wieder alles vernünftigen verwüstet wie minuten haben wir 22 so man beenden oder so weiter machen naja es kommt nicht mehr viel es kommt nur noch ein großes gebiet ich würde mal sagen wir beenden den part hier was jetzt hier hier auf sich hat weil die stadt schon wieder vernichtet ist bis dahin im nächsten part bis dann und tschau